Zur Flemme Fidatschmanage in Grape, da vini die Uedon. Das Novitats. Es hat etwa 3-4 Meter bis zur effektiven Abbruch. Wenn er so weiterrutscht, ist er in 10 Tagen unten. Wir wissen noch nicht genau, ob er sich wieder beruhigt. Wir hoffen, dass er bald runterkommt, dass man wieder eine Sicherheit hat, was passiert dort oder was nicht. Aber es ist schwierig, effektiv zu sagen, wenn er kommt. Der Bild von Amelie Set vini die Grape, zur Flemme Fidatschmanage und Kameras. Der Bild von Amelie Set